Florian, du hast gerade an dem Hacker Männer Power Workshop Wochenende teilgenommen. Ganz einfach gefragt, wie geht es dir jetzt gerade? Jetzt gerade geht es mir ziemlich gut. Super gut sogar, sehr kraftvoll, auch sehr zufrieden und sehr entspannt. Schön, sehr schön, sehr schön. Was ist so im Laufe dieses Wochenendes passiert? Für dich spürbar, fühlbar, weil du kamst ja wahrscheinlich anders als du jetzt bist. Ich habe mich sehr auf das Wochenende gefreut, sehr innerlich drauf gefreut. Ich hatte eine Achterbahn von Gefühlen und Empfindungen. Ich war teilweise unglaublich kraftvoll. Die Kraft ist über mich drüber geflossen, aber teilweise kam ich auch unglaublich stark an meine inneren Themen ran. An große Traurigkeit und der Hacker hat mich geäußert, das zu transformieren und auch schrittweise zu heilen. Wenn du magst, könntest du da noch so ein, zwei Sätze ein bisschen näher. Was meinst du mit Heilung? Was ist da passiert? Was hast du da für einen Impuls bekommen? Seit meiner Kindheit fühle ich mich abgelehnt und suche nach Anerkennung. Und in dem Seminar konnte ich dafür Heilung finden, dass ich die Anerkennung nicht mehr suche, sondern es einfach stehen lassen kann, wie es ist und es annehmen kann. Und das fühlt sich sehr gut an. Toll. Wunderbar. Was hat dich denn so am meisten berührt von dem Wochenende? Die Kraft und die Stärke zusammen mit Männern zu praktizieren. Also auch in diesem geschützten Rahmen, nur unter Männer, ganz Mann sein zu können. So bei diesem Thema ganz Mann sein können, hat sich dir da, als sich dir da was Neues offenbart, ist da was dazugekommen, wo du vielleicht vorher noch nicht so im Kontakt mit warst? Es hat sich verstärkt. Also das Empfinden, was ich vorher schon hatte, stolz sein und mutig sein und es sein zu können und Verantwortung zu tragen, die Freiheit zu lieben, hat sich verstärkt. Schön. Wunderbar. Toll. Florian, ganz vielen Dank für deine Worte. Ich danke dir. Alles Gute. Ciao. Ja, auch alles Gute. Danke. Danke.